Hallo, mein Name ist Michaela Mettler-Holnik aus Pünnemberg bei Hamburg. Ursprünglich habe ich in der Intensivmedizin gearbeitet und nach einem kleinen Ausflug in die Musicalwelt habe ich mich zur Tanzpädagogin ausbilden lassen. Heute bin ich als Heilpraktikerin tätig und habe mein eigenes Pilates-Studio, in dem ich ein Team unterstützt. Meine erste Konfrontation bzw. Begegnung mit Pilates war damals in der Tanzpädagogen-Ausbildung und ich habe es ziemlich belächelt, weil ich gedacht habe, die Fitnessszene hat sich wieder was Neues ausgedacht. Dann habe ich die Pilates-Geräte kennengelernt, mit denen ich auch eine eigene Verletzung genesen konnte. Heute bin ich seit circa 15 Jahren für Polster Education als Ausbilder tätig und zwar gerne mit dem Schwerpunkt Pilates Allegro und Pilates Faszientraining. In der Ausbildung begeistert mich besonders, den Studenten Bewegungserfahrung geschenken zu können, sowie zu vermitteln, ein tiefes Verständnis für Anatomie und Physiologie in Verbindung mit einem ganzheitlichen Bewegungskonzept. Ich würde mich freuen, wenn ich auch dich auf dem Weg zu einem Polster-Pilates-Trainer oder Therapeut begleiten darf.